Faxen versetzt Berge. Nutzen Sie diese Macht. Völlig zu Unrecht haftet einem zuverlässigen, verblüffenden, wirkungsvollen und einfach zu handhabenden Kommunikationsmittel ein schlechter Ruf an, dem Telefax. Dabei entwickelt ein richtig verfasstes Faxqualität, an die ein Telefonat ebenso wenig heranreicht wie ein Schreiben auf Papier oder gar eine flüchtige E-Mail. Mit dem richtigen Telefax können Sie Berge versetzen und dieser Ratgeber zeigt Ihnen, wie Sie das machen. Egal, welche Probleme Sie lösen müssen und welche Ziele Sie durchsetzen möchten. Einfacher, schneller und wirkungsvoller als mit einem Telefax werden Sie das kaum schaffen. Zugegeben, eine E-Mail ist genauso schnell geschrieben, aber genauso schnell ist sie auch übersehen und vergessen. Und so richtig ernst genommen wären E-Mails eigentlich nicht, oder? Ein klassischer Brief auf Papier entfaltet da schon wesentlich mehr Wirkung beim Gegenüber. Wenn doch bloß diese endlos langen Zustellwege nicht wären und anrufen, gut und schön, falls der gewünschte Gesprächspartner überhaupt abnimmt. Im Durchschnitt brauchen Sie fünf bis sechs Anrufversuche, bis Sie den gewünschten Teilnehmer endlich mal am Hörer haben. Effektivität sieht anders aus. Merken Sie, was ein Telefax so alles bewerten kann, wenn Sie es richtig einsetzen? Auf einen einfachen Nenner gebracht. Schicken Sie den richtigen Leuten zur richtigen Zeit das richtige Fax und Sie können Ihre Ziele mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durchsetzen. Egal, ob der Empfänger Ihres Faxes Ihnen wohlgesonnen ist oder Sie aus juristischen oder persönlichen Gründen bis aufs Messer bekämpft. Mit dem Telefax an Ihrer Seite haben Sie eine Waffe zur Hand, die Ihre Freunde beeindruckt und Ihre Feinden Niederlage um Niederlage beschert. Ich, der Autor dieses Buches, habe 2,36 Millionen Euro Schulden gehabt. Heute bin ich schuldenfrei. Erreicht habe ich diesen Status, indem ich mich mit zahlreichen Gläubiern attraktive Vergleiche geschlossen habe und dabei ist mein Telefax-Gerät emsig eingesetzt worden. Selbst brauchen Sie keine Millionen Schulden machen, um von der Macht des Telefaxes handfest zu profitieren. Beispielsweise lässt sich so ein Telefax die lästige Wartezeit bei Ärzten auf Null zusammenschrumpfen. Oder wenn Sie im Krankenhaus mit einem Weißkittel über einen Angehörigen sprechen wollen, der in dieser Klinik behandelt wird, dann erspart Ihnen ein richtig formuliertes Fax ebenfalls zeitraubende, lästige und ärgerliche Fehltermine. Und wer hat schon mal Ärger wegen eines defekten Gerätes gehabt, bei dem die Reparaturannahme verweigert wurde? Quälen Sie in diesem Fall nicht umständlich durch die Hotlines und zoffen Sie sich auch nicht mit den arroganten, geistig minderbemittelten Servicemitarbeitern am Telefon. Machen Sie lieber Gleichnägel mit Köpfen. Schicken Sie den richtigen Leuten in den betreffenden Unternehmen gleich das richtige Telefax. Sie werden staunen, was ein Fax so alles bewirken kann. Denn plötzlich spuren Ihre Widersacher. Ihr Gerät wird nun schnell repariert. Nein, um sich weiterhin juristischen Ärger vom Hals zu halten, werden die betreffenden Unternehmen Sie bereitwillig mit freiwilligen Zusatzleistungen eindenken. Und das alles, weil Sie rechtzeitig die Macht des Telefax für sich eingesetzt haben. Ein Ratgeber wie diesen gibt es auf dem deutschen Buchmarkt kein zweites Mal. Setzen Sie mit dem Telefax eine Geheimwaffe ein, die bei Freund und Feind gleichermaßen genau das bewirkt, was Sie beabsichtigen. Schauen Sie einfach auf der www.erfolgsonline.de nach weiteren interessanten Infos. Den direkten Link finden Sie auf dem YouTube-Kanal unterhalb dieses Videos. Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher.